Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Teil bei Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch mit mir von der Game Passage Hobby Müsst wie Jodian und sie Nem, beide wir sind wieder mit drin Los geht's Hey, meine ausgewählte Welt Auf ein neues, noch mein erster, komm schon Das habe ich nicht kaum sehen Ei, ei, ei Sie nehmen es vor mir Jodian ist weiter vorne, sehr schön Oh 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 Was war das denn? Das ging schon wieder zu schnell Oh 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 11 unfassbar wir sind alle drei hier so weit hinten unfassbar lustiger wäre es jetzt natürlich wenn man so einen gruppen chat hätten wo man auch alle zusammen reden würden wäre auf jeden fall lustige ja mal schade aber trotzdem schönes spiel ich muss in der stunde losfahrt zur arbeit für mich arbeiten gehen na nun wo ist schuld die draußen sie nehmen es noch drin das habe ich gesehen aber eben gerade in der liste habe ich keinen schulden mehr gesehen das irritiert mich jetzt toll die mann hat sie mich einfach so rausgehen oder rausfliegen geht beides nicht ein ich 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 habe gedacht kommen ihm noch vorbei ganze arbeit umsonsten nach vorne zu kommen ja 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 sie nehmen zu haben vor wird abgeschossen meine güte hinter mir da muss ich doch gerade mal ein bisschen wie Jolt ihn fragen wo es hin ist darf ja mal nicht sein dass die plötzlich aus der Kuppe rausgeht ja 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 okay sie schafft mir zu die schuld sie musste aus klo und anstand logischerweise raus aus der kubel Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehr schönes spiel los geht's na ja die hat nicht reagiert sie nehmen schon aber sollte mich so eine runde geht noch in diesen teil ok joshi welt die kamen freundlich dran wie sie ausgewählt hatte aber diesmal schon wo bin ich denn da 6457 es wächst langsam aber stetig so das letzte rennen mit sinem und jolti in diesem teil zumindest ich glaube ein teil nehme ich dann noch auf sie nehmen was kamst du immer hast du extra gemacht ja so ein gruppen chat da fehlt auf jeden fall ja 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 Immer diese blauen Okay, wurde noch nicht überholt Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Minzchen Okay, wir haben unsere 10 zusammen, das ist gut Hä? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen Oh, ich hatte die Bananen aufheben sollen Ah gut, okay, Tritter ist auch ein gut Da liefst du ja rund lang gut und dann sowas Hey, Entschuldi, Vierter, sehr schön Sinem, Fünfter, alle drei hintereinander, sehr schön Das freut mich Das ist cool Jolti hat sogar die meisten Punkte gekriegt Klar, natürlich, sie hatten ja auch nur 2000 Punkte insgesamt Etwas drüber Okay, das war's für heute wieder mit Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch Mit Sinem, Jolti und mir von der Gameplay als Hobby Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei oder übermorgen Und dann sehen wir uns wieder Tschüss Und dann sehen wir uns wieder Und dann sehen wir uns wieder